Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Torbsen und willkommen zu einer Folge Farming Simulator 2014 auf dem Handy. Ich spiele auf dem LG G5 und da würde ich sagen, starten wir einfach mal. Drücken wir mal auf Einzelspieler, auf Neuspiel, auf Anfänger und da würde ich sagen, machen wir erstmal hier das kleine Tutorial quasi. Willkommen auf deinem neuen Bauernhof, bewirtschafte die Äcker und investiere das verliebte Geld in neue Geräte. Verkaufe deine Ernte beim Verkaufstellen und erweitere deine Farben durch den Kauf von neuen Äckern. Möchtest du eine kurze Einführung in das Spiel lesen? Ne, will ich nicht, weil sonst ist das ja langweilig. So, und dann würde ich sagen, fahren wir hier mal das Ding ab und dann geht es rund. Lenken tut man mit das Handy links und rechts schwenken, also würde ich sagen, machen wir einfach mal Autopilot und gehen mal auf den Trecker drauf, den wir jetzt hier angedockt haben. Getreide wird von Kippern zur Lagerung in Silos oder zum Verkauf zu einer Verkaufsstelle gefahren. Prüfen die Preise auf dem Preisbildschirm im Menü, um das beste Angebot auszuwählen. So, jetzt seht ihr den Profi-Trucker-Fahrer Turbsen. Jetzt probieren wir mal ganz langsam da ranzufahren. So, haben wir schon das Getreide eingefahren. So würde ich sagen, fahren wir mal zum Verkaufsstand, damit wir hier ein bisschen Geld reinbringen. Können wir hier links die Minimap größer machen. Und ich glaube, irgendwo war der Weg, ich glaube, es ist ja schon mal angefangen, um es mal kurz zu testen, aber ja, ob es halt läuft. So, fahren wir einfach mal hier lang und da lang und nochmal hier lang. Nee, da ist ja falsch weg. Nein, hier bin ich doch gar nicht hin. So, wir fahren einfach mal hier rum und gucken, dass wir kein Auto treffen. Und wir fahren den ganzen Tag und bringen das Getreide weg. So, wir schlagen die hin. Ui, ui, und dann kam der Auto entgegen. Da müssen wir auch Getreide hinbringen. Das ist eine Verkaufsstelle. Wow. So. Dann laden wir jetzt das Getreide ab und haben schon mal ein wenig Kohle bekommen. Können wir hier durchfahren? Nein. Wir fahren uns höchstens fest. Nee. So wollen wir es so nicht. Wir halten das hinten gerade. Fahren einfach mal rückwärts. Das wir ein bisschen schwenken können. Ah, jetzt können wir hier gerade ausfahren. Und abgefasst. Nachher werden wir noch gewinnt. Auch auf die Mittelstreifen, ne? Wenn euch das gefällt, euch zu sprechen, wenn ich hier mal ein paar Handy, wenn ich mache, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und das Spiel hier macht auf jeden Fall Spaß. Und wir sind wieder mit dem Auto gerannt. Da geht es in Richtung Bauernhof. Ich glaube, hier vorbei, oder? Ich glaube, hier ist ein bisschen Kühlüberfahrt. So, weiter geht's. So, jetzt fahren wir das Ding erst mal wieder an. Da ist man ein bisschen schneller. Der Mähdrescher ist voll. Fahre mit dem Kipper neben den Drescher, um das Getreide abzutanken. Das hat es nur gerade vor, Mr. Grauhaar-Weihnachtsmann. Komm. Es gibt drei, der kam bei einer, der verkauft, verkauft oder in Südschlischmielager. Denn ja, das wissen wir schon. So anscheinend sollen wir hierher fahren. Gucken wir mal, wo er uns hinführt. Das Ding. Ihr seht die blauen Punkte. Dann läuft die Zeit ab. Und wenn man, als kleiner Tipp, nicht gegen den Zaum fährt, dann kann man das in der Zeit auch schaffen. Wo fahren wir hin? Oh, du scheiß Auto. Auch schon wieder so ein Auto. Was machen hier denn Autos in dem Spiel? Und dann kommt da noch einer. Kann ja nicht sein, dass wir fast schneller sind als die Autos. So, da ist das Lager schon wieder. So, abgekippt. So, und dann geht's weiter. Hier geht's weiter. Da fahren wir natürlich direkt wieder nach hinten. Das sollte eigentlich laufen. So, wir stellen jetzt erst mal nur den Traktor noch da hinten hin. Und da würde ich sagen, beend war ich erst mal die erste Folge hier vom Farming Simulator. Vom Simulator-Alligator. Ja, ja. So. Man sollte auch hier mal quasi auf die Bremse drücken. Da würde ich sagen, war das, war es das von der heutigen Folge Farming Simulator. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobsen. Und tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Vielen Dank.